so also hier seht ihr meine vorzimmer lampe die wand gehört noch gestrichen läuft aber eh nicht weg also irgendwann streiche die wand und die lampen werden mit einem dimmer gedimmt das zeige ich jetzt also das ist das hellste und zwar werden es gedimmt mit einem taster mit einem dimmer der am taster hängt ganz normaler taster schalter jetzt dem sauber und geht bis auf null also jetzt ist noch eins ganz auf null so und wieder auf so ich hoffe euch hat das video ein bisschen gefallen danke fürs zuschauen auf wiedersehen so was ich noch vergessen habe ausschalten natürlich nur kurz drücken und auch beim einschalten so jetzt ist das wieder beendet bis zum nächsten mal ich habe keine ahnung wann